Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Bus Simulator. Schon die 41. Folge. Und letztes Mal sind wir gefa- äh, wer ist es? Ähm, Strecke 30 gefahren und hatten nicht so viel Erfolg. Mal wieder, ich hoffe, hier haben wir mehr Erfolg, wir fahren, äh, Fischgrund, Fischgrund, äh, ja, ja. Fünftige Stellen, wir müssen beide, sowieso beide dann nochmal in, im Rundfahrmodus und das machen wir jetzt auch. Diesmal fahren wir den Rundmodus an, so fahren wir mit dem. Viel Spaß. Noch ne Umleitung. Warum wieder ne Umleitung? Was soll das? Wir kennen Umleitung. Ich will da einfach mal fahren. Ja, letztes Mal habe ich es geskippt. Diesmal nicht. Ich weiß nicht, warum die immer Umleitung fahren wollen. Sind die voll scharf drauf, bestimmt. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Danke. Eine Fahrkarte bitte. Danke. So. Na klar. Hier, bitte. Komm, na klar. Hier, klar. Hier, klar. Hier, bitte. Hier, bitte. Hier, bitte. Geht das ja hier nicht auf Zeit? Ich weiß gar nicht, ob die anderen auf Zeit gingen, ob man das da in der 20 Minuten schaffen muss, oder ich weiß es jetzt nicht. Ich glaube, man muss ja halt nur das machen. Ja. Hör auf, Mutte zu hören. Oh, sorry. Ich mach's leiser. Ja, bitteschön. Ich bitte drum. Nächster Halt. Flusspromenade. Genau pünktlich. Jo. Da bin ich. Schmeißer fällt um. Eigentlich keine Umfälle baue. Shit. Was war das denn? Hier ist die Fahrkarte. Oh nein. Ja. Ich hab Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Ja. Die Oma da hinten auch. Nächster Halt. Rado-Warnowenschbrücke. 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 Ich weiß gar nicht jetzt, wo es hier lang geht. Ist das hier nur in dem Viertel hier, oder? Ich weiß gar nicht, welche Haltestellen die alle fahren. Habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt. Ich weiß nur, dass ich einen Umfahrmodus fahren muss. weiter geht's. Nächster Halt, Rado-Warnowenschbrücke. Das waren noch keine... Ach, da ist ein dickes Straße. Ist auch noch dabei. Ich glaube es ist nur das... Das äh... Der Teil hier. Natürlich. Bitte. Dankeschön. Was machst du denn da? Nee, in der Ernst. Hätt's doch schon noch fahren können. Oh, hier haben die gut gemacht, ne? Das haben die nicht gut gemacht. Schon wieder die falsche Taste gedrückt. Aufgesehen. Es ist viel zu heilen. Hier ist die Fahrgarten. Und hier ist dann... Hier, bitte. So, hier noch jemand. Hier, bitte. Ich glaube, sonst waren alle. Ich kann auch immer schön blicken. Ich kann auch immer schön blicken. Schon wieder hier, oder? Ich kann auch immer schlafen. Oh nein, ich bin eingeschlafen. Wo musst du denn raus? Ich fach nochmal zurück. Na ja, Hunde sind Arbeit. Ich bin schon wieder dran. Lieblich ist es hier, dass man sich nicht anschafft, ist Arbeit. Nächster Halt, Römerstrafe. Das nenne ich die perfekte Packposition. Dankeschön. Eine Fahrkarte, bitte. Kommt sofort. So ein schöner. Danke. Das weiß ich nicht, dass heute ein schöner Tag ist. Was? Sie haben meine Fahrkarte. Was? Klar. Hab ich Ihnen schon gezeigt? Hab ich Ihnen schon gezeigt? Bis jetzt läuft es ja gut, ne? Nächster Halt, Regenstrand. So, jetzt fahren wir nochmal zurück hier. Sieht ihr den ganzen Abfall an der Straße an? Warum kümmern sich die Leute nicht mal um ihren Müll? Nehmen wir erstmal den Müll aus dem Bus mit. Was hältst du drauf an? Das macht er nämlich auch nicht. Jede Fahrt mache ich hier Müllbänke. Wir haben die grüne Welle. Jetzt haben wir die rote Welle. Ne, die grüne Welle ist noch bei uns. Aber Geld, ne? Auch egal. Hab nichts bekommen. Komm, wäre da auch noch ein Grün. Glaube nicht. Oh, da ist halt die Linie schon. Ich rufe immer irgendwie. Ich drücke immer immer die falsche Taste. Oh, war ich wohl zu spät mit dem Linken. Nächster Halt, Regenstrand. Bitteschön. Bitteschön. Kommt sofort. Standard. Nein zum Standard. Danke. Was? Achso, hier. Ich hab' Ihnen meine... Klar. Da hab' ich Ihnen schon gezeigt. Hier. So, die beiden da hinten waren so geschehen. Wenn die anderen nicht einsteigen, waren Pech. Ist nicht mein Problem. Nächster Halt, Radomano-Menschbrücke. Zum Glück ist mal zusammen. Ach was. Ich hab' ihn aus. Nächster Halt, Radomano-Menschbrücke. Oh, da ist ein... Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Natürlich. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen, klar? Hier, bitte. Na klar. Wie oft wollen Sie die auch... So oft, wie ich möchte. Entschuldigung, würden Sie noch mal die Tür öffnen? Nicht im Ernst. Toll, jetzt habe ich noch nichts. Von der grünen Phase zur roten Phase. Ach, das... ne, das ist nicht die letzte Hälfte. So schnell. Ich wollte gerade sagen, das wäre aber ein bisschen zu schnell. Hat das Huhn da gerade die Straße überquert? Was für ein Huhn? So viel Haut, oder was? Das ist ja nicht möglich hier. Aber... Noch einen Tag, dann habe ich endlich... Können Sie nicht aussteigen. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Ja. Böde schön. Ich glaube, wir waren dran, oder? Ja. ... und station so da war es dann heute mal wieder mit der folge verfahren wir jetzt nicht zu enthalte stelle und sagen wir mal wieder sehen aber nur scherz wirklich freuen wenn du daumen nach oben da lasst die folge genau kanal seit einem abo wäre mir freuen ja würde mich freuen ciao so 17.000 eine perfekte fahrt was fünf sterne was will man mehr und ich glaube ich muss ja gleich noch mal auf mückenjagd irgendetwas fliegt hier ganz herum fünf sterne das hat man lange nicht mehr aber die einnahmen sind auch ja bedenklich nur streichenplaner ja das haben wir endlich ja das habe ich das habe ich fertig so leute das war folge natürlich danke fürs zuschauen bis demnächst euer chris ciao